Endlich hat der ukrainische Präsident Zelenskyj überraschend Friedensverhandlungen mit Russland angekündigt. Der Schwenk von Präsident Zelenskyj zu Friedensverhandlungen markiert eine bedeutsame Wendung im Ukraine-Russland-Konflikt. Durch die Verhandlungsbereitschaft mit russischen Unterhändlern signalisiert die Ukraine nicht nur ihre Entschlossenheit, den sinnlosen Konflikt zu beenden, sondern auch ihre strategische Anpassung an die sich verschlechternde Lage. Die prekäre Situation der Ukraine, insbesondere der Verlust von Unterstützung durch den Westen und territorialen Gebieten, zwingt Zelenskyj dazu, pragmatische Schritte zu unternehmen. Die fehlende Hilfe der westlichen Länder und der fortschreitende Verlust von Gebieten in der Ostukraine zwingen die Ukraine dazu, ihre Verhandlungsposition zu stärken und den Friedensplan zu forcieren. Die erneute Anklage gegen den Westen, insbesondere die Kritik an der unzureichenden Waffenlieferung, verdeutlicht nicht nur Zelenskys Frust über die vermeintliche Untätigkeit des Westens, sondern auch seine Bemühungen, die eigene Verantwortung zu relativieren. Diese Argumentation kann als Versuch betrachtet werden, die eigene Bevölkerung und internationale Akteure auf die Schwierigkeiten der Ukraine aufmerksam zu machen. Dennoch bleibt Skepsis bezüglich der Motivation Zelenskys bestehen. Die Veröffentlichung von Opferzahlen für den Verlust russischer Soldaten auf das Fünffache der ukrainischen beziffert, wirft Fragen zur Glaubwürdigkeit auf. Dies könnte als Versuch interpretiert werden, innenpolitisch und international Mitleid und Unterstützung für die Ukraine zu gewinnen. Insbesondere stellt diese Entwicklung eine bedeutende Phase dar, die nicht nur den Druck auf die Ukraine verdeutlicht, sondern auch Hoffnungen auf eine friedliche Lösung des Konflikts weckt. Es bleibt abzuwarten, wie die internationale Gemeinschaft auf diese Friedensinitiative reagiert und ob tatsächlich substanzielle Verhandlungen folgen. Wie schätzt ihr diese Entwicklungen ein? Eure Meinungen sind willkommen und wichtig.